Ah, warte, hier ist noch eine Brücke. Hier ist noch eine Brücke. Dann gehen wir da lang. Ah, hier, okay. Sorry. Was ist das? Was ist denn da? Irgendwo ist er hier. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt leidtun, oder? Was ist denn da noch so an den Ecken? Ah, der Geister. Ah, fach. Tschüss. 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 Ist er denn? Kann gut sein, ne? Uff. Ich habe eine Echse hier. Mal sterben. Sehr schön. Uh, Jörg auch. Wieder eins hoch. Ah, da ist schon wieder was. Dann machen wir noch einmal bieten. Das, äh, glaube ich, hat gewandt. Und ihr? So. Und da ist ja noch einer. Tschüss. Wir kommen, also, jetzt kommen wir zumindest ein bisschen gut durch. Aber ich glaube, das ist halt alles so ein bisschen neppisch, ne? Was ist denn das da eigentlich? Warum ist hier... Steht hier ein Kahn rum? Und vor allem... Aber hier, ja, gar nicht weiter. Aber da ist ja irgendwie rechts rum. Oh, Gott, no. Uh-oh. Okay. Da war eine Schatztruhe da oben. Das ist nämlich auch noch ein Käfer. Der bedeutet mehr Tragen. Mehr Tragen finden wir super. Weil, ähm... Okay, ich komme hier nicht ganz hoch. Huff! Was haben wir hier? Ein Ogre, ne? Ein Minutaurus. Oh, Gott. Meine Chance. Meine Chance, mal wieder... Meine Chance jetzt hier... Äh... Rache zu bekommen. Rache! Oh, da war auf der Pfeil schon mit Gas. Das ist super. Das war nicht... Das war nicht ernsthaft Rache. Oh, jetzt. Ja, ja, ja. Ich glaube, das läuft alles sehr gut. Ja, schön. War noch ein starkes Beamen? Okay, einmal so. Okay, und dann liegt der und ich kann die wiederbeleben. Beide gleichzeitig, hoffentlich. Nee. Beide gleichzeitig. Ah, nice. Ja, das müsste jetzt aber gut damage werden. Das müsste gut damage werden. Äh, irgendwie aber auch nicht. Wieder einmal wiederbeleben. Ja. Oh, mein Gott. Okay. Kann ich... Okay, okay, okay. Es hat gewirkt, ja. Ja, schön. Okay. Ich fange mal das mal auf. Oh, mein Gott. Es kann springen. Uncool. Uncool, dass es springt. Was sind eigentlich die anderen beiden? Okay. Es hat gedreht. Oh, no. Wo ist es denn? Da ist es. Nee. Hä? Wo ist es? Da. Okay. Es wird trotzdem noch getroffen. Sehr schön, sehr schön. Okay. Kann ich vielleicht noch mal ein Beben machen? Das wäre doch jetzt mal superschön, wenn wir den in einem Go würden bekommen, oder? Okay. Ähm. Da haben wir hier mal die Klammer noch mal dran. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oh, okay. Nur nicht auf mich. Jetzt ist es hin. Oh, Gott. Ich habe da gesagt, ich habe mich. Jetzt aber schnell hier. das war das war nicht gut das war nicht gut aber so ist das ok wir bauen sind immer noch sehr lästig ja 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 besonders wenn man halt einfach nur 2 nee 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 ich bin mir wo ist er wieder hat das aber wieder fehlen das aber wieder ein fail kann mich einer kann mich einer handitschen ja danke ok ja schön so muss das schön da drauf schön da drauf das wird gesteckt ja in einem rutsch einen perfekten rutsch haben wir den bekommen so muss das 24 nice trotzdem nicht die dings bekommen die truhe was sie denn hier super gut gemacht beide geht es durch den wald hier noch ein bisschen was auf so großartig war so sehr schön ich will gerne mich hier irgendwie so lang ich kann mir irgendwie jeder weg versperrt zu sein so ein bisschen guck mal sind glaube ich angekommen wo wir uns im bild das ist glaube ich ein see oder so müssen wir doch da unten rum das dorf ohne namen das dorf ohne namen ok die rätselhafte siedlung ok interessant interessant hallo ja doch ich will aber in das dorf ich wurde gewarnt aber das ist mir egal so irgendwer sein die nicht was bist du für eine tränke das da sind waffen oha und tränke ok dann gucken wir mal es gibt noch sehr viele klassen ja ja noch drei stück also noch drei stück können den hier tragen ist der besser als meiner ne ne also ich glaube was ist denn das das ist ein heiztuch die kann von mir nicht getragen werden ich hoffe mir mal das heiztuch er hat keine stäbe oder sonne und das sind krieger sachen aber nicht besser als das was wir jetzt gerade dabei hat ne ok jo bis bald oh nice jörg schon die ganzen leute hier am ausnehmen mhm geil das ist echt smart von dir ich meine böser jörg mit dir aber was sagst du denn kann ich was sind jetzt so möglich nix neues ok irgendwas ja zack aber dafür brauchen wir 3000 ok ja ja ich freue mich auch hallo kleines wieso ist das ganze da oben dann baby ist ja hier oben ok was haben wir hier altes Adelsgut guten tag na wer sind sie denn ja 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 ich sage ich bin zip shit ich bin ich bin in in Wenn man die Stadt verändert hat, dann ist das ein Verständnis. Wie soll ich verstehen? Diese Stadt ist ein Verständnis für Siegf. Wenn jemand in dieser Stadt entdeckt wird, dann werden wir die Menschen, die Siegf ist. Natürlich geht es um dich. Und jetzt, du bist hier. Das bedeutet, dass Siegf ist. Is das vielleicht, weil wir aus so ein paar Dörfern was entwendet haben? Woher weiß er das denn? Was weißt du? Okay. Und wir haben das Licht geführt. Nee, schon gut. Was? 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 What the hell? Was? 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 Ach Gott. Was es da geht, ne? Upa. Ach so. Ah, wir können hier immer noch die Leiter absenken. Ups. Hallo. Ach, er hier. Wer rückt das Gold raus? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. wie ein kleinerer Kind, das nicht zu Hause sein. Deswegen habe ich ihn schon. Das war jetzt ein eigenes Kind. Was nur, was ich weiß? Wenn es nicht alles ist, das hat mich geflogen. Ich habe mir das Geld lassen. Ich danke dir, die alle Menschen. Das ist der Grund, dass ich mich zu Hause mache. Ich weiß nicht, was ich dazu verleihen soll. Okay. Okay. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Dallar ist nicht einfach so einfach zu sagen. Sie ist schuldig, also. Sie können es nicht so einfach. Aber ich glaube, dass die Dallar in der Stadt verletzt ist, ist nicht so interessant. Ich schreibe es ein bisschen. Sie können es auch daran denken. Sie können es auch daran denken. Das war das. Das war das. Ich weiß nicht, Handbuch des Diebes. Holy moly. Was ist das jetzt? Formloser Gegenstand. Klingende Einäscherungen. Einfach Diebes-Skills, die wir hier bekommen. Wo sind meine Magier-Skills? Bist du nicht ein bisschen zu... Ja, bist du nicht ein bisschen zu jung? Wow. Nice. Sind wir einfach in die Diebes-Gilde gerutscht? Ich ziehe einfach in die Diebes-Gilde. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, jetzt müssen wir zurück nach Burnworth. Ja, müssen wir uns halt wieder mit Herrn Boyle beschäftigen. Sind das da jetzt? Bogen und Fragezeichen. Wow. Das ist halt das Krass. So. Können wir hier noch durch? Ja. So. Kommen wir hier irgendwo besonders raus? Erstmal hier mitnehmen. Helds-Spinder. Okay. Diebes-Gamaschen. Gereifter Wogenschimmer und gereifter Uferfisch. Okay. Hat das auch noch eine Truhe? 2110 Volt. Wow. Hier waren wir. Hi. Ja, wir räumen noch kurz eure Bude hier aus. 100 Gold. Krass. Kupfererz. Ich bin ein bisschen schwerer geworden. Ah, hier haben wir noch einen Rodenstein. Aber ihr habt hier keinen von diesen geilen Dingern, ne? So, wie? Darf ohne Namen heißt das ja, ne? Hier ist jetzt aber kein, hier ist kein so ein, so ein Ding, ne? Tiefen des Dorfs. Ostwald. Da waren wir. Lager haben wir da gefunden. Kapp mit Blick auf den Palast. Wow. Okay, dann würde ich schon fast sagen, reisen wir einmal zurück. Gegenstände. Wir haben einen Reisestein dabei. Den benutzen wir auch. Und wir reisen nach Wernworth zurück. Oder, wobei, warte, haben wir noch irgendwelche Aufträge, die uns jetzt hier so in der, in die Richtung bringen würden? Wahrscheinlich ja weniger, ne? Hauptmann Brandberichten. Bettler im Auge behalten. Verfolger. Maskenball. Können wir den Maskenball machen? Ich hätte Bock auf den Maskenball. Einfach Pelzschinder, ne? Einfach, einfach an, äh, fucking Waffe gekommen, hier, für den Dieb. Cool. Coole Sache, dat. Dieb müsste man jetzt nur noch sein, ne? Ähm. Ne, gut. Reisen wir zurück, weil ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg hier zurück zu gehen, weil durch den Ostwald war halt schon sehr anstrengend und scheiße. Zack. Und wir haben ja, glaube ich, noch einen Reisekristall. Jetzt sind wir wirklich, wirklich viel rumgekommen. Holy shit. So, gehen wir einmal noch hier hin. Ja, wir lagern mal noch einmal ein bisschen was. Ibis-Gamaschen, jawohl. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf. Auf, auf, auf. Okay. Ähm. kann man noch ein bisschen was kombinieren ja wir können noch ein bisschen radobahns machen sollte wahrscheinlich auch nicht immer so viel entgiftung sucht ja wahrscheinlich nicht immer so viel kombinieren trockenobst ist okay stopf wenn wir kombinieren ist halt immer wird irgendwie immer ins inventar reingemacht so jetzt bin ich mal gespannt wo war das noch mal dabei das war ich gerne aber wir haben hier keine schriftrolle oder so von der von der anderen bekommen ich nehme mir die mal jetzt hier mit dem latus stein mit ok sprechen wir mal mit brand wir mal mit dem mit dem boy hallo mhm so gerüchte über allacht ja Das ist das Gefühl, das ist der Battle des Runders. Es ist nicht so, dass es nicht so ist. Aber es ist so, dass es, wie gesagt, die Kanna-Ginne-Kohäle ist. Was ist das? Was? Das ist nur das. Okay. Ein Reisestell? Der Regen, das andere ist uns. Was ist das für ein Ring? Ein klein wenig, das maximale Gewicht der Ausrüstung, dass der Träger stemmen kann. Davon haben wir schon, da hätten wir jetzt noch eins, ne? Die Rechte. Ja. Das ist halt leider so ein bisschen Muss mehr Gewicht, ne? Okay. Hab ich. Kleide dich von mir und sprich mir den überhaupt an. Ja, noch mit. Okay, du hast einen Ja. 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 Ja, das ist wohl klar. Oh ja. Wir sehen Misstrauen. Ähm. Ja, wir sind halt die Beine. Oh man, Starren kriegt das Dach nicht. Mhm. Nee. Ja, Maskenbein. Uh. Nox and Shades, danke für den Raid. Vielen, vielen Dank. Grüße. Ja, noch etwas. Okay. Ja, Maskenbein. Dankeschön. Äh, wann habt ihr gespielt? Was, was, äh, 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 wo wart ihr dran? Hä? Erzähl mal. Äh. Okay. wir haben noch vor fast meine Täuschung oh nice, 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 nice und wie weit bist du schon? wie weit habt ihr schon gespielt? ich bin ja leider noch nicht so weit ich bin ja gerade Level 24 geworden und noch quasi ganz am Anfang ich ziehe immer die ganzen Nebenquests umher das ist das ist ein Fluch und Segen zugleich ok, Krönungsfeier oh nice, über 40 da hast du aber auch schon ein bisschen da reingebuttert sehr schön das freut mich das freut mich ja, übel aber wirklich das ist halt das, das das wirklich krass man kann sich richtig dolle in dem Game hier verlieren hmm was mach ich denn jetzt ja, den Bettler kann man jetzt nicht mehr im Auge behalten nee, das ist ja das ist zu spät Krönungsfeier will ich eigentlich auch noch nicht machen wenn ich den Maskenball noch nicht gemacht hab aber ich weiß nicht ob ich jetzt den Maskenball machen kann es lohnt sich auch nochmal es ist wirklich so also es ist wirklich echt cool es ist wirklich cool gemacht du findest es an jeder Stelle findest du irgendwelche Quests und es ist wirklich wirklich cool ich feier das danke für den Follow dankeschön bin auch ein bisschen immer überfordert mit den ganzen Quests die ich noch übrig hab so ich will an dem Maskenball teilnehmen und eine Maske aufsetzen aber mhm da muss ich ihn vielleicht deswegen ah, warte mal da muss ich vielleicht hingehen wenn ich jetzt hingehen würde und würde äh, nee nicht nicht denn würde jetzt meine Ausrüstung wir ziehen das an kann ich jetzt nicht ausrüsten vielleicht weil ich das kann ich auch nicht entfernen was ja ich spiele Erzmagier was spielst du denn äh Ausrüstung kann ich dich jetzt anziehen ah ja jetzt kann ich und noch die Maske kann ich denn jetzt hingehen ja ich denke mal erst mal der Täuschung du hast dir passende Kleidung besorgt habe ich ja Maskenball so okay ich habe die ich habe die richtig alles mal okay ähm ähm ist der wo ist jetzt hier so kann ich jetzt zu dem Maskenball kommen wir mal hin und wir jetzt zu dem Maskenball da können ein Bogenschutz Erzmagier und mystische Klinge auf Maxlevel haben wir mit dem Schurken angefangen hoch ah okay krass ja cool da haben wir aber schon da haben wir auch schon ordentlich äh da sind aber schon ordentlich was reingeflossen ich habe den ich habe quasi sobald ich den Erzmagier freigeschaltet habe habe ich den Erzmagier gespielt ich bin nämlich so ein kleiner Magier Boy also ich mag ich mag es einfach Magier zu spielen so in fast jedem Game bin ich einfach Magier und ähm das ist einfach so mein Metier 40 Stunden im Game na gut bei mir waren es jetzt als ich angefangen habe heute waren es 15 ganz äh ganz äh süße kleine 15 Stündchen da sind die jetzt auch wieder ein paar mehr ja 40 ist äh 40 ist schon gut so kann ich jetzt hier einfach rein Hi Ah also ist das hier Maskeball okay perfekt jetzt bin ich gespannt ja ist er das ich habe ihn doch gerade gesehen ja komme ich an ihn ran er bewegt sich irgendwo hier ne grüß mal boy hallo er war das nicht oder war er das oh er droht ähm ähm äh Elden Ring auch immer Magier gespielt oha okay in Dark Souls jetzt nicht in Dark Souls habe ich eher so ähm Stärkebild äh walten lassen weil äh da war äh und Elden Ring auch weil das also da war mir der Magier irgendwie ein bisschen ich weiß nicht keine Ahnung also ich habe den ich habe den nicht so genossen in Dark Souls und äh in Elden Ring habe ich es noch gar nicht probiert mit einem Magier okay hier wird getanzt so wo ist denn wo ist denn jetzt mein Boy hier steht denn irgendwo muss der doch hier sein ja ist doch er hier oder ja fühlst du Schmerzen okay ne also hier raus ganz sicher nicht immer die andere Seite hier lang hier irgendwo hier ist noch eine Truhe das habe ich gesehen wir gucken wie lange was wir hier brauchst ja etwas Zeit gebraucht ja ah warte mal ah hallo keine Zeit zum plaudern okay also er ist auf jeden Fall da rum gesteppt aber wahrscheinlich ist er jetzt hier wahrscheinlich ist er einfach hier irgendwo warte hä hat er schon geendet ist kein Maskenball mehr ich habe kein Auge auf dich geworfen nein ich glaube die sind alle die gehen gerade alle hä hinten ist er aber auch nicht auch keine doppelte Tür oder so ah doch ah ja wusste ich's doch hier ist noch was allheil elixier holy moly ah hier komme ich jetzt nicht durch weil's wahrscheinlich schon vorbei ist na naja damit er wird schon wieder hell äh dann muss ich mich actually einmal hinsetzen gehen ähm irgendwo war was zum hinsetzen ich glaube die rechte rechts hier runter du 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 ah da oben war auch ne Bank hier ja ich hab die Tür gefunden aber äh der Maskenball war schon zu Ende wir nicken mal kurz ein bis zum Abend ähm das war nicht bis zum Abend das war auch nicht bis zum Abend das ist jetzt der Abend okay ähm ja actually aber hab ich nur nicht so lange gesucht weil man in einer anderen Quest und ich glaube das war was für eine Quest war denn das bei dem Allard bei der Allard Quest wo man schon in den Geheimraum reingegangen ist die hab ich heute die hab ich heute erst gemacht also dachte ich mir vielleicht ist da so eine Wand weil das sah irgendwie auch sehr danach aus dass da so in der Mitte so ein so eine Wand ist wo man die Tür aufmachen kann ja aber ich kann mir schon vorstellen dass es sehr lange dauert wenn man sich entweder nicht mehr daran erinnert oder sonstiges aber hier steht auch direkt einer davor so danke so jetzt komm ich hier aber durch ah ja hallo Adelsviertel was haben wir von hier ist das nicht das Freudenhaus ich wollte gerade sagen das ist doch das Freudenhaus was haben wir von hier was haben wir von hier das was haben wir von hier ist das oh mein Gott Ja, aber... Was ist passiert? Okay. Ah, Wilhelmina. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Was? Such mal. Vielen Dank. Ja, dir auch noch viel Spaß. Und schlaf gut. Schlaf schön, schlaf schön. Ich mach mich vielleicht auch bald mal ins Bettchen. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich das schon mal vorgelegt habe. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Man kann auch sogar hier ein bisschen rumgucken. Aber der hat auch schon einen... Der hat einen Narbe auf der Brust, ne? Also... Ist aber ein bisschen... Das ist ein bisschen klein, der Narbe. Was ist das? Was, Fasus? Uh-huh. Ja, ja. Wenn du für die Schiffe nachdenken hast, dann sagst du, wie du vorhin hast, dass er nicht nur einen Schiff für die Schiffe ausgewertet hat. Soll ich, dass du ein Problem hast, finde ich. Wenn du das Schiff für die Schiffe ausgewertet hast, dann kannst du die Schiff für die Schiffe einstellen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist der Gude? Er steht genau vor dir. Mach die Augen auf. Mann. Okay. Ja, das glaube ich mir. Das Freude ist, dass auf Laster der Erdlinge und Vermögen der Elite ausgerichtet ist. Eine Mitgliedskarte ist erforderlich, um Zugang zu erhalten und seine Dienste sind nur für jene erhältlich, die sie sich leisten können. Firmenstockwärts sind Kortisanen anzutreffen, die verschiedenen Vorlieben bedienen. Lediglich die Dienste derer im dritten Stock stehen neuen Besuchern des Edelabellungsmauns nicht zur Verfügung. Nur geschätzte Stammkunden können die Platinkarte erhalten, mit welcher man in den Gemuss der Gesellschaft der exklusiven Kortisanen kommt. Okay. Wir haben die Merchilon-Karte bekommen. Die da besagt. Gewährt den Eintritt ins Freudenhaus. Das heißt, wir müssen uns mit so... Wir müssen uns... Ein wenig quasi hochschlafen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Fertig im Stockwerk sind wir jetzt hier gerade. Ich glaube, hier sollten wir nicht rausgehen. Ähm... So. Wir gehen mal hier runter. Hier geht's wahrscheinlich raus, oder? Ja, das sieht so aus. Krass. Okay. Ähm... Tschüss. Ja. Wir wollen uns erstmal nicht mit dem Freudenhaus abgeben. Wir haben noch mehr als genug andere Quests. So. Ja. Genau. Zu dem kann man zurückgehen. Und dann könnten wir auch hingehen... Und dann das Fest mitmachen. Das Fest der Teutsch... Ähm... Hier sind wir außerhalb. Ja. Okay. Gehen wir mal hier runter. Okay. Ob man brennt will sie hören. Okay. Aber was ist denn eigentlich mit unserem guten Sebastian? Hallo, Sebastian. Warte, wir... Ähm... Legen wir einmal unsere... Unser normales Zeug wieder an. Dann fühle ich mich auch ein bisschen wohler. Die Maske könnte man theoretisch ablegen. Egal. Wir machen das... Das Haltstuch da an. Hallihallo. Hm. Okay. Also hier ist nichts mehr. Gut. Dann ist eben so. Nice. Und dann... Gehen wir mal zu unserem guten Boy. Äh... War das hier so? Nee. Äh... Wir müssen da... Actually... Äh... So. Perfekt. Äh... So. Hallihallo. Wenn wir Wahlentwickler stärken wollen. Ja. Über Maskebein. Berichten wir ihm mal. Ja. Ja. Wir müssen jetzt das an der Ratschung. Zeug wieder anziehen, ne? Wir müssen uns schick anziehen. Wahrscheinlich das da auch ablegen. Und dann gehen wir mit ihm mal auf die Gründungsfeuer. Der Thronräuber? Ich bin bereit.